UNTERTITELUNG Es gibt einen Toten? Ja. Drausel Spuren am Hals. Darin ist aber nicht gestorben. Wer macht sowas Unmenschliches? Unmenschlich? Schlagen Sie die Zeitung auf. Töten quälen ist typisch menschlich. Willkommen zurück, Inspektor Perk. Der Weltkrieg ist verloren. Kriegsheimkehrer kommen in eine Welt, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Die gnädige Frau ist nimmer da. Ja, alle haben geglaubt, sie kommen nimmer heim. Alle sind verrückt, weil sie nimmer heim den Kaiser. Er wurde übel misshandelt, bevor er in Ohnmacht gefallen ist. Ein Kamerad von ihm. Die Hälfte aller Mordopfer sind Kriegsheimkehrer heutzutage. Und zwei Drittel aller Mörder. Wenn jemand den Fall aufklären kann, dann er. Wer nicht getötet oder verkrüppelt wurde in diesem schrecklichen Krieg, ist mit einem schweren Dach Schaden zurückgekommen. Er schnitt ihm 19 Glieder an. Krainer wurde von 19 Holzpflöcken durchbaut und ich gehe jede Wette mit dir ein, dass sie im Käfig 19 hatten waren. Er hat wieder zugeschlagen. Und den haben Sie auch gekannt? Krainer. Die Rückkehr ins Leben sein. Ein neues Leben. Ich trau dem nicht. Sie wissen nicht wirklich, wer Perky ist, oder? Sie sind ihm mit ihren Untersuchungen zu nahe gekommen. Ich bin ein anderer Mensch als der, der damals in den Krieg gezogen ist. Ich bin ein anderes Leben. Ich bin ein neues Leben. Ich bin ein neues Leben.